Innere Schönheit und emotionale Intelligenz sind immaterielle Konzepte. Ich genieße die Gesellschaft von Menschen mit einem bodenständigen Ansatz für alles, was sie tun. Ich genieße die Gesellschaft von Menschen mit einem bodenständigen Ansatz für alles, was sie tun. Alternative Therapien werden auf zahlreiche Arten von körperlichen Beschwerden angewendet. Alternative Therapien werden auf zahlreiche Arten von körperlichen Beschwerden angewendet. Alternative Therapien werden auf zahlreiche Arten von körperlichen Beschwerden angewendet. Ich kann eine deutliche Verbesserung in der Art und Weise sehen, wie Gregory mit schwierigen Situationen umgeht. Einige Menschen sind nicht bereit, Kompromisse einzugehen, insbesondere wenn es darum geht, ihre Komfortzonen zu verlassen. Die neu aufkommenden Smartwatches haben die Aufmerksamkeit mehrerer potenzieller Kunden auf sich gezogen. Ich muss zugeben, ich habe keine Ideen mehr. In der Tat möchte ich die Bedeutung von Spenden hervorheben. Wenn es darum geht, unsere Pflichten zu erfüllen, sind wir nicht immer begeistert davon. Soziale Medien geben einen Einblick in das Leben anderer Menschen. Ich möchte nicht, dass er mich bei meiner Entscheidung beeinflusst. Dieser Vorfall ist weitaus empörender, als sie uns gesagt haben. Zögern lässt ihre Probleme nur größer werden. Positives Denken kann zweifellos deine Gesundheit verbessern. Er bat mich, mich auch in seinem Namen zu entschuldigen. Olivia war in letzter Zeit zu sehr von ihrem Pferd abgelenkt. Im Laden gekauftes Brot ist nicht vergleichbar mit hausgemachten Versionen. Alle wichtigen Wörter in den Phrasen sind fett gedruckt. Liam ist ein anständiger und treuer Mann, der sogar seine Karriere für seine Familie opfern würde. Diese Generation ist süchtig nach ungesundem Essen geworden. Die meisten Wörter, die du sagst, spiegeln deine Gedanken wider. Patienten in amerikanischen Krankenhäusern erhalten kollagenreiches Fruchtgelee, um sich schneller zu erholen. Patients in amerikanischen Krankenhäusern bekommen kollagenreiches Fruchtgelee, um sich schneller zu erholen. Es ist kein Zufall, dass Leute sagen, man erntet, was man sät. Ich hätte nie von einer engagiertären und akribischeren Korrektorin als Judy träumen können, deren Hilfe für mich in den letzten Monaten von unschätzbarem Wert war. Rebecca und Sam genießen ihren wohlverdienten und lang erwarteten Urlaub enorm. Rebecca und Sam genießen ihre wohlverdienten und lang erwarteten Urlaub in New Zealand. Ich möchte nur noch einmal alles auf den Punkt gebracht zusammenfassen. Menschen können ihre tiefsten Gefühle durch Kunst frei ausdrücken. Ein Einkaufsbummel ist ein ungesunder Weg, um mit Schwierigkeiten umzugehen. Wissen Sie, warum Chicago immer als windige Stadt bezeichnet wird? Wissen Sie, warum Chicago immer als windige Stadt bezeichnet wird? Wissen Sie, warum Chicago immer als windige Stadt bezeichnet wird? Am Anfang waren sie skeptisch gegenüber allem, was sie hörten. Marjorie widmete ihre ganze Zeit, um sich mit der mexikanischen Küche vertraut zu machen. Die Auswirkungen des Fastens sind heutzutage ein häufig diskutiertes Thema. Können Sie einige Fälle erwähnen, in denen das Leben von Menschen durch extreme Wetterbedingungen beeinflusst wurde? Kontinuierliches Lernen regt den Geist an und erweitert das eigene Wissen. Kontinuierliches Lernen regt den Geist an und erweitert das eigene Wissen. Lindsay war gegangen, noch bevor wir alles erklären hätten können. Lindsay war gegangen, noch bevor wir alles erklären hätten können. Waldorf ist eine Lehrmethode, bei der die Schüler ihre Kreativität und Fantasie erforschen und einsetzen können. Waldorf ist eine Lehrmethode, bei der die Schüler ihre Kreativität und Fantasie erforschen und ihre Kreativität und Fantasie erforschen. Waldorf ist eine Lehrmethode, bei der die Schüler ihre Kreativität und Fantasie erforschen. Als meine jüngere Schwester die einmalige Gelegenheit bekam, bei Juilliard in New York zu studieren, akzeptierte sie diese sofort. Wir hätten die Dinge früher klären sollen, aber wir haben immer noch genug Zeit, um das Problem zu lösen. Wenn Sharon ihr eigenes Pferd bekommt, darf sie es reiten, wann immer sie will. Ich kann nicht verstehen, was für ein Segen es für sie sein muss, Teil einer solch erstaunlichen Gemeinschaft zu sein. Wenn du effizient sein möchtest, musst du deine Aufgaben priorisieren. Joghurt gemischt mit getrockneten Früchten und Samen gibt ihr einen solchen Energieschub, dass sie nicht aufhören kann zu arbeiten. Joghurt gemischt mit getrockneten Früchten und Samen gibt ihr einen solchen Energieschub, dass sie nicht aufhören kann zu arbeiten. Es gibt ungefähr sechs große Weltreligionen auf der Welt. Wir müssen eine Lösung finden, die wir auf langer Sicht aufrecht erhalten können. Nur wenn sich die Situation verschlechtert, werden die lokalen Behörden anfangen zu handeln. Du musst jetzt nicht fahren, wenn du zu erschöpft bist. Die Passagiere hatten Angst vor den Turbulenzen, sogar nach der Landung des Flugzeugs. Pizza in den USA begann zum ersten Mal in Manhattan, im Jahr 1905, verkauft zu werden. Man kann im Internet auf praktisch unbegrenzte Informationsmengen zugreifen. Seine Argumente sind sehr überzeugend, obwohl ich ihnen nicht immer zustimme. Einige Mitglieder der jüngeren Generation können im Fernsehen nicht zwischen dem wirklichen Leben und der Welt der Fiktion unterscheiden. Unter keinen Umständen dürfen Teilnehmer die Räumlichkeiten während des Wettbewerbs verlassen. Nachdem sie ihre Schulden beglichen hatten, begannen sie, für ein Sommerhaus zu sparen. Er könnte meine E-Mail beantwortet haben. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Es gibt einen großen Widerspruch zwischen den Aussagen der beiden Verdächtigen. Sie können jetzt nicht im Garten jäten. Ich habe sie gerade am Bahnhof gesehen. Trotz der Flut benutzen die Menschen ihre Autos nach dem Hurricane. Es wurde eine vollständige Liste der ägyptischen Teilnehmer erstellt. Das glückliche Paar machte sich, am Tag nach ihrer Hochzeit, auf den Weg in die Flitterwochen. Der Bürgermeister ist überzeugt, dass seine Entscheidung für die ganze Stadt von Vorteil war. Hank hat im Laufe der Jahre genug Erfahrung gesammelt, um bald ein eigenes Start-up-Unternehmen zu gründen. Die Verantwortlichen lehnen die Idee nachdrücklich ab, ein weiteres Skigebiet in der Gegend zu errichten. Sie hätten das Datum nicht ändern müssen, da der 1. September für alle perfekt gewesen wäre. Als Jungvermählte sind sie sehr ineinander verliebt. Abgesehen von gestern, kann ich mich nicht daran erinnern, dich je in einem Abendkleid gesehen zu haben. Sandras und Antonios Flugzeuge starteten fast gleichzeitig, aber in verschiedene Richtungen. Wenn Sie Ihre eigene Zeit mit Bedacht nutzen können, können Sie uns auch in dieser Angelegenheit helfen. Keine einzige Person erinnerte sich an die SAFE-Kombination. Diese Amateurschwimmer verfügen über alle Fähigkeiten, die Sie als professionelle Schwimmer qualifizieren würden. Letzte Woche um diese Zeit packte Andrew seinen Koffer für seinen Urlaub in Taiwan. Während der Fahrt zur Arbeit hört sie immer ihre Lieblingslieder, um sich aufzumuntern. Ich möchte, dass du einen zeitaufwendigen, aber lohnenden Job machst. Die Zeit, in der ich bei der Arbeit am produktivsten bin, ist der Morgen. Wir haben uns nicht nach seinem Privatleben erkündigt, weil es zu unhöflich gewesen wäre. Würdest du bitte eine Erinnerung einstellen, um nicht zu vergessen, alles für die Abschiedsparty zu kaufen? Würdest du bitte eine Erinnerung einstellen, um nicht zu vergessen, alles für die Abschiedsparty zu kaufen? Würdest du bitte eine Erinnerung einstellen, um nicht zu vergessen, alles für die Abschiedsparty zu kaufen? Meine Freunde haben alle südamerikanischen Länder besucht, außer Chile. Die Nachrichten über die Hungersnot in Indonesien waren überwältigend, deshalb mussten wir sofort handeln. Wenn Sie noch etwas Zeit haben, können wir genauso gut nach einem Kaffee suchen. Die Temperaturen entlang des Äquators in Afrika liegen im Sommer meist über 35 Grad Celsius, während sie am Nordpol kaum 15 Grad erreichen. Temperaturen entlang des Äquators in Afrika liegen im Sommer meist über 35 Grad Celsius in der Sommer, während sie am Nordpol kaum 15 Grad erreichen. Webinare bieten Ihnen eine hervorragende Gelegenheit, Ihr Wissen auf dem neuesten Stand zu halten, ohne Ihr Zuhause zu verlassen. Webinare bieten Ihnen eine hervorragende Gelegenheit, Ihr Wissen auf dem neuesten Stand zu halten, ohne Ihr Zuhause zu verlassen. Webinare bieten Ihnen eine hervorragende Gelegenheit, Ihr Wissen auf dem neuesten Stand zu halten, ohne Ihr Zuhause zu verlassen. Ohne den starken Regen, der letzte Woche fiel, hätten wir die Eichen pflanzen können. Die Mehrheit von Menschen findet die Verwendung von Mobiltelefonen in einem Auto sehr ablenkend. Ich rufe dich an, sobald ich aus dem Gebäude komme. Es war das zweite Mal, dass wir nach Übersee gereist sind. Rose wollte wissen, ob wir unsere Verlobung schon angekündigt hatten. Rose wollte wissen, ob wir unsere Verlobung schon angekündigt hatten. Sie fragten uns, warum wir nicht Wasserski ausprobieren wollten. Menschliche Beziehungen sind von entscheidender Bedeutung für das emotionale Wohlbefinden eines Menschen. Menschliche Beziehungen sind von entscheidender Bedeutung für das emotionale Wohlbefinden eines Menschen. Menschliche Beziehungen sind von entscheidender Bedeutung für das emotionale Wohlbefinden eines Menschen. Martins Basketball Trainer ist normalerweise freizügig, außer wenn er weiß, dass etwas für den Fortschritt des Jungen nicht vorteilhaft ist. Martins Basketball Trainer ist normalerweise freizügig, außer wenn er weiß, dass etwas für den Jungen nicht vorteilhaft ist. Keiner von ihnen ist minderjährig, daher können sie bereits wählen. None of them are underage, so they can already vote. In Lichtenstein haben sie die Möglichkeit, mit Architekten zusammenzuarbeiten, mit denen sie noch nie zusammengearbeitet haben. Ich war überrascht herauszufinden, wie viele Ausländer an dieser Universität studieren. Amanda sagte mir weit im Woraus, wann sie kommen würde, damit ich einen Plan vorbereiten konnte. Amanda sagte mir weit im Woraus, wann sie kommen würde, damit ich einen Plan vorbereiten konnte. Der Arzt versicherte der Patientin, dass sie sich keine Sorgen machen müsse. Blondes Haar und blaue Augen sind in skandinavischen Ländern häufige Merkmale. Die Vielfalt der Farben, die er in seinen Gemälden verwendet, ist spektakulär. Was den Veranstaltungsort betrifft, sollten wir uns für den nächstgelegenen Ort entscheiden, den wir finden können. Ich verspreche, ich werde bereit sein, wenn du zurückkommst. Ich verspreche, ich werde bereit sein, wenn du zurückkommst. Ich verspreche, ich werde bereit sein, wenn du zurückkommst. Ich könnte für diese Firma arbeiten, solange sie mich brauchen, vorausgesetzt mein Visum wird erneuert. Es ist unwahrscheinlich, dass das Ergebnis uns bei unserer endgültigen Entscheidung erheblich beeinflussen wird. Aaron war erleichtert, dass er das Beste für sein Team getan hatte. Aaron war erleichtert, dass er das Beste für sein Team getan hat. Ohne Beweise können sie ihn nicht verhaften. Die Arbeit als Freiberufler hat es mir ermöglicht, eine persönliche Freiheit zu erfahren, die ich vorher nicht kannte. Ich versuche herauszufinden, was ich noch tun könnte, um ihr zu helfen. Während ich versuche zu verstehen, warum er sich so verhält, unterstütze ich Johnson in seinen Studien. Der riesige Diamantring, den sie trug, war sehr auffällig. Sie ist ein in Madrid geborenes Mädchen, hat aber den größten Teil ihres Lebens im Nahen Osten verbracht. Die Schule kann nur diejenigen informieren, die am Schüleraustauschprogramm teilnehmen. Sie haben während ihres gesamten Aufenthalts in Hawaii noch nie einen so herzlichen Empfang angetroffen. Könntest du bitte den verbleibenden Teil von Kapitel 6 überarbeiten? Man muss mindestens 10 Minuten am Tag in der Sonne liegen, um eine ausreichende Menge an Vitamin D zu erhalten. In welchen Bereichen unterscheidet sich die europäische Denkweise von der asiatischen? Wie lange ist es hier, seit du dein Fahrrad das letzte Mal benutzt hast? Ohne seine Ausdauer hätte er es nicht zu den Olympischen Spielen geschafft. Eine Komödie zu sehen kann mindestens so stressabbauend sein, wie einen Tag in den Bergen zu wandern. Ich gab nur vor, alle Details der letzten Konferenz zu kennen. Entgegen der allgemeinen Überzeugung werden menschliche Werte wie Mitgefühl und Dankbarkeit in vielen modernen Kulturen immer noch geschätzt. Ich habe nicht die Absicht, dich unnötig zu belasten, damit du deinen Aufsatz nach dem Wochenende einreichen kannst. Ich weiß, dass die Absichten des Jungen ehrlich sind, aber ich möchte trotzdem nicht, dass meine Tochter mit ihm ausgeht. Das Publikum verstand endlich, was der Forscher zu sagen versuchte. Es tut uns schrecklich leid, wegen der Unannehmlichkeiten, die unser Hotel verursacht hat. Wir sollten uns überlegen, beide Seiten des gestern angesprochenen Themas zu untersuchen. Informationen, die von der Presse zu einem Thema bereitgestellt werden, sind häufig verzerrt, um das Publikum zu beeindrucken. Ist Gewichtheben in deinem Tagesablauf eingearbeitet? Der Besitzer des neuen griechischen Restaurants hat einen außergewöhnlich exquisiten Geschmack. Der Besitzer des neuen griechischen Restaurants hat einen außergewöhnlich exquisiten Geschmack. Es ist äußerst wichtig, die Situation der weisen Kinder zu priorisieren. In Kombination mit regelmäßigem Üben kannst du mit dieser neuen Schwimmtechnik bemerkenswerte Ergebnisse erzielen. Wenn du mehr Wasser trinken würdest, könntest du die Wahrscheinlichkeit, ständig müde zu werden, verringern. Wenn du mehr Wasser trinken würdest, könntest du die Wahrscheinlichkeit, ständig müde zu werden, verringern. Wenn du mehr Wasser trinken würdest, könntest du die Wahrscheinlichkeit, ständig müde zu werden, verringern. Es war die einzige plausible Erklärung, die sie finden konnten. Es gibt keine Garantie dafür, dass diese Methode weitere Schäden in ihrem psychischen Zustand verhindern wird. Unter anderem hat er als Sozialarbeiter gearbeitet, während er in Toronto lebte. Unter anderem hat er als Sozialarbeiter gearbeitet, während er in Toronto lebte. Unter anderem hat er als Sozialarbeiter gearbeitet, während er in Toronto lebte. Es gibt eine Korrelation zwischen hoher Proteinaufnahme und Muskelwachstum. Nach ihrem Abschluss in Yale begann Brenda ihre Karriere bei einer angesehenen Firma. Da ich mir der Tatsache bewusst war, dass dies meine letzte Chance war, bemühte ich mich, die Kopien zu finden, die ich brauchte. Das Auto in der Innenstadt lassend fuhr ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Flughafen. Die amerikanische Gesellschaft ist geprägt von Vielfalt und gegenseitiger Akzeptanz. Nachdem Diane die Hausarbeit erledigt hatte, setzte sie sich auf den Balkon, um einen Kaffee zu trinken. Ich hatte nicht erwartet, ihn wiederzusehen, aber ich habe es. Ich habe es nicht bereut, Mia mitten in der Nacht angerufen zu haben, um ihr zu sagen, dass ich sie liebe. Mord, Bestechung und Entführung sind schwere Verbrechen gegen eine Person. Erfolgreiche Unternehmen fördern ständig ihre Produkte und Dienstleistungen. Berühmte Sportler erhalten Millionen von Dollar für das Tragen von Kleidung mit den Logos verschiedener Unternehmen. Die Landschaft in der Toskana war fabelhaft, einschließlich ihrer einzigartigen Flora und besonderen Gebäude. Ich fühlte mich besorgt zu sehen, dass der Hochzeitsplaner zwei Monate vor dem großen Tag noch nichts organisiert hatte. Es steht ihnen frei, den Kurs jederzeit zu verlassen, wenn sie müssen. Der Mann hat nicht die Absicht, in naher Zukunft Bücher zu veröffentlichen. Sobald wir die bestmögliche Lösung gefunden haben, werden wir sie mit ihnen teilen. Vorerst ist es nur eine befristete Arbeit, die ich am Mittwoch beginne. Sie rieten uns, das Angebot anzunehmen. Die Essgewohnheiten in Japan unterscheiden sich sehr von denen, die wir in Ungarn gewöhnt sind. Eine Fremdsprache fließend zu sprechen bedeutet, dass man beim Bilden seiner Sätze nicht in seiner Muttersprache denkt. Wenn Sie 911 gewählt hätten, wäre die Feuerwehr in fünf Minuten vor Ort gewesen. Ich wünschte, wir hätten David viel früher gekannt. Der Versuch des Unternehmens, Überstunden zu erhöhen, stieß auf heftigen Widerstand. Daniel hofft, bis zum Alter von 60 Jahren alles auf seiner Bucketliste erreicht zu haben, um eine neue zu schreiben zu können. Was mich am meisten interessiert, ist, wie wir kulturelle Barrieren in der Kommunikation beseitigen können. Was mich am meisten interessiert, ist, wie wir kulturelle Barrieren in der Kommunikation beseitigen können. Was mich am meisten interessiert, ist, wie wir kulturelle Barrieren in der Kommunikation beseitigen können. Eine Promotion erfordert relativ mehr Aufwand als ein dreijähriger Bachelorabschluss. Mein Neffe war so hartnäckig in seinem Wunsch, Arzt zu werden, dass er nur mit medizinischen Kids und Spielzeugkrankenwagen spielte. Mein Neffe war so hartnäckig in seinem Wunsch, dass er nur mit medizinischen Kids und Spielzeugkranken spielte. Abhängig davon, aus welcher Kultur sie stammen, können unterschiedliche Gästen unterschiedliche Bedeutungen haben. Jeder einzelne Gedanke der Schriftstellerin war für mich so erhebend, dass ich mich entschied, all ihre Bücher zu kaufen. Vor langer Zeit versammelten sich die Nachbarn abends und spielten Karten. In meinen Studienjahren lernten meine Mitbewohner nachts, wann niemand sie störte. Wenn der Vorsitzende nach meiner Meinung gefragt hätte, hätte ich seinem Vorschlag zugestimmt. Venedig wird oft mit seinen Gondeln und wassergefüllten Straßen in Verbindung gebracht. Die Synchronschwimmmannschaft hat ihren Erfolg immer ihrem angesehenen Trainer zugeschrieben. Einige der Zutaten, die im Panna Cotta-Rezept verwendet werden, sind Sahne, Vanilleextrakt und Gelatine. Dein erstes Anliegen sollte jetzt sein, deinem Kind so viel Liebe und Aufmerksamkeit wie möglich zu schenken. Es braucht Zeit, um die Konsequenzen deiner guten Taten zu erkennen, aber es lohnt sich, darauf zu warten. Deine Anwesenheit ist eine enorme Hilfe für die Kinder in diesen schweren Zeiten. Diese Verordnung zielt hauptsächlich darauf ab, Menschen in ähnlichen Fällen zu verteidigen. Die Webseite wurde exklusiv für Schüler mit fortgeschrittenem Englisch erstellt. Ich bin immer beeindruckt von dem makellosen und dennoch fröhlichen Büro, in dem mein Kinderarzt arbeitet. Die Verwendung eines geeigneten Kalenders kann eine enorme tägliche Zeitersparnis sein. Wenn Sie mir folgen, kann ich Ihnen dieselben Bücher zeigen, die Königin Viktoria gelesen hat. Ein effektives Gespräch erfordert ein Gleichgewicht zwischen Sprechen und Zuhören. Sind Sie zufrieden damit, wie sich Ihr Auszubildender in seiner Position bewährt? Wir treffen alle unsere Entscheidungen auf der Grundlage von Informationen, die wir bereits kennen. Ich habe noch nie zuvor gehört, dass das Sprechen von mehr als einer Sprache ihre Problemlösungsfähigkeiten erhöht. Es ist schwer für dich, niemanden in deiner Umgebung zu beleidigen, wenn du schlechte Laune hast. Es ist schwer für dich, niemanden in deiner Umgebung zu beleidigen, wenn du schlechte Laune bist. Es ist schwer für dich, niemanden in deiner Umgebung zu beleidigen, wenn du schlechte Laune bist. Reishi-Pilz wird in China regelmäßig für Leute verschrieben, die unter Stress und Angst leiden. Diese Art der monatlichen Autoversicherung deckt den durch Ihr Auto verursachten Schaden ab. Erwachsene müssen der jüngeren Generation in allen Lebensbereichen ein gutes Beispiel vorgeben. Weder Tauchen noch Bogenschießen faszinierten ihn genug, um es während seines Ausflugs in Malaysia mehr als einmal zu versuchen. Keine Gebäude in unserer Hauptstadt dürfen schäbig werden. Ich habe das Wort Konzipieren von Pierce Brosnan in einem Interview mit Jay Leno gelernt. Diese Werbekampagne richtet sich an Personen, die aktiv Sport treiben. In Bezug auf die Wirtschaft sind die Vereinigten Staaten und China weltweit führend. Die Mitglieder des Missionsteams haben sich während ihrer dreitägigen Nigeria-Reise erstaunlich gut geschlagen. Keine der schwierigen Herausforderungen konnte die Freiwilligen, die ihre Arbeit furchtlos fortsetzten, einschüchtern. Herr Warden ist einer dieser beharrlichen Kunden, die erst gehen, wenn sie das bekommen haben, was sie wollen. Alle Assistenten versuchten, Lena davon abzubringen, ihren Job zu kündigen, aber sie weigerte sich, ihren Kollegen zuzuhören. Es ist relativ einfach, die Erwartungen von jemandem zu erfüllen, wenn man genug Motivation bekommt, um die Aufgabe zu erledigen. Alle staatlichen Bildungseinrichtungen müssen unnötige Ausgaben reduzieren. Wir müssen mehr Überstunden in Kauf nehmen, bis dieses Projekt abgeschlossen und eingereicht ist. Die überwiegende Mehrheit dieser Pläne wird bis Ende des Jahres umgesetzt sein. Um ein genaues Bild davon zu geben, was gerade passiert, muss ich auf einige Details eingehen. Sie haben beträchtliche Fortschritte bei der Erforschung von Hepatitis C gemacht. In einem so schwierigen Fall kann ich sie nur daran erinnern, die Informationen zu verwenden, die sie bereits über die Organisation kennen. Die Kündigung von mehr als der Hälfte der Mitarbeiter kann, in keiner Hinsicht, die Probleme unseres Unternehmens beheben. Lassen Sie uns im Woraus wissen, wenn Sie Unterstützung bei der Übersetzung der Dokumente benötigen. Wir sollten niemals zögern, den ersten Schritt in Richtung unserer Ziele zu tätigen. Sobald du in Kapstadt bist, ist ein Besuch des Cups der guten Hoffnung ein Muss. Ich bin normalerweise ratlos, wenn ich ein Geschenk für meine Verlobte kaufen muss. Ich bin im Begriff, endlich ein Gleichgewicht zwischen meiner Zeit in der Natur und der Arbeit im Büro herzustellen. Wäre es nicht viel besser, aus der Tretmühle auszusteigen und alles langsamer von vorne zu beginnen? Wenn du zufällig in der Nachbarschaft bist, komm auf einen Kaffee vorbei. Es wurde geschätzt, dass die Autopreise um bis zu 15% sinken werden. Wer glaubst du, wird seine Verantwortung übernehmen, während Brian in Florida ist? Wer glaubst du, wird seine Verantwortung übernehmen, während Brian in Florida ist? Wer glaubst du, wird seine Verantwortung übernehmen, während Brian in Florida ist? Soweit ich mich erinnere, gibt es an diesem Ort nicht viel zu sehen. As far as I remember, there is not much to see at that place. As far as I remember, there is not much to see at that place. Charlie versprach uns zu helfen unter der Bedingung, dass wir den Gefallen erwidern. Charlie promised to help us on condition that we return the favor. Charlie promised to help us on condition that we return the favor. Wir gehen zum Abendessen immer zum selben Restaurant. Lass uns zur Abwechslung woanders hingehen. We always go to the same place to have dinner. Let's go somewhere else for a change. We always go to the same place to have dinner. Let's go somewhere else for a change. Sie betrat das Zimmer, als hätte sie nichts von der Überraschungsparty gewusst. She walked into the room as if she hadn't known about the surprise party. Dieses seltsame Phänomen ist jedes Frühjahr zur gleichen Zeit zu sehen. This weird phenomenon can be seen at the same time every spring. This weird phenomenon can be seen at the same time every spring. Mit angemessenem Training, Willenskraft und Ausdauer konnte Bill den Mount Everest besteigen. Kannst du den Unterschied zwischen neuseeländischen und australischen Akzenten erkennen? Sie haben bereits riesige Geldsummen für den Bau von Windmühlen zur Energieerzeugung ausgegeben. Joyce nimmt sich gelegentlich ein paar Tage frei, um mit ihren Freunden wegzugehen und um sich körperlich und geistig zu erholen. Der Hauptzweck dieses Seminars besteht darin, den Teilnehmern detaillierte Informationen über den Zulassungsprozess von Hochschulen zu geben. Die Forderungen des Arbeitgebers waren so unvernünftig, dass wir seine Erwartungen nicht erfüllen konnten. Dylan dürfte nicht reisen oder mit der Außenwelt kommunizieren, wenn er Hausarrest bekam. Die Meinung darüber, ob das Einkaufszentrum in den Vororten gebaut werden soll, ist geteilt. Opinion ist divided as to whether the shopping mall should be built in the suburbs. Opinion is divided as to whether the shopping mall should be built in the suburbs. Jugendliche verbringen nicht weniger als 20% ihrer Zeit mit SMS verschicken. Adolescents spend no less than 20% of their time on texting. Der ältere Mann gibt das wenige Geld, das er hat, seinen geliebten Enkelkindern. Der ältere Mann gibt das wenige Geld, das er hat, seinen geliebten Enkelkindern. Sie haben sich seit einigen Jahren nicht gesehen. They haven't seen each other for quite a few years. They haven't seen each other for quite a few years. Der Bräutigam fühlte ein leichtes Kribbeln in seinen Händen und Füßen, als er seine wunderschöne Braut ansah. Wenn man mindestens 40 Jahre gearbeitet hat, hat man nach seiner Pensionier-Ungarn-Spruch auf eine Rente. Aufgrund ihrer Isolation von der Gesellschaft werden Amische oft von ihren Mitbürgern missverstanden. Er ist etwas taktlos, wenn es darum geht, anderen Menschen zuzuhören. Er ist etwas insensitiv, wenn es darum geht, anderen Menschen zuzuhören. Er ist etwas insensitiv, wenn es darum geht, anderen Menschen zuzuhören. Vergebung ist entscheidend für ein reines Gewissen. Vergebung ist entscheidend für ein reines Gewissen. Hat die Privatisierung in gewisser Weise etwas mit dem heutigen Thema zu tun? Hattest du schon die Möglichkeit, an internationalen Kulturtrainings teilzunehmen? Bitte beachten Sie, dass wir nicht alle Ihre Fragen sofort beantworten können. Bitte beachten Sie, dass wir nicht alle Ihre Fragen sofort sofort beantworten können. Seine Antwort war schnell, aber befriedigend. Alle im Kofferraum des Wagens gefundenen Drogen wurden von den Zollbeamten beschlagnahmt. Ich wollte Sie nicht mit den schlechten Nachrichten beunruhigen, deshalb habe ich sie Ihnen vorenthalten. Es scheint nun offensichtlich, wer für die Ereignisse verantwortlich war. Nachdem die Ziele festgelegt worden waren, diskutierten sie die Nebenpunkte. Der Küchenchef stellt ein alternatives Menü zusammen, wenn er feststellt, dass besondere Gäste zu Besuch kommen. Das von den Kunden erhaltene Feedback war bisher nur positiv. Alle oben aufgeführten Arzneimittel sind derzeit verfügbar. Inhaltlich hat Marias neuester Reiseführer unsere Hoffnungen übertroffen. Sie versuchten mich zu überreden, interne Informationen herauszugeben, aber meine Lippen waren versiegelt. In den nächsten Jahrzehnten wird es einen bedeutenden technologischen Durchbruch in der Automobilproduktion geben. Die Ermittler stellten bald fest, dass die befragten Frauen geschieden waren und dass in jedem Fall deren Trennung durch den Betrug der Ehemänner eingeleitet wurde. Die Ermittler stellten bald fest, dass die Frauen geschieden waren und dass in jedem Fall ihre Trennung durch den Betrug der Ehemänner erinnert wurde. Welche Vorsichtsmaßnahmen sollten getroffen werden, um zu verhindern, dass sich das Feuer nach dem Start ausbreitet? Wenn Sie Angst etwas zu verpassen haben, verspüren Sie das Gefühl der Angst, dass Sie von einem lustigen gesellschaftlichen Ereignis ausgeschlossen sind. Es ist schwierig, in unserem Gespräch Schlussfolgerungen zu ziehen, wenn Sie jeder einzelnen Aussage, die ich mache, widersprechen. Der Mann war so verärgert, dass er alles wegwarf und aus dem Raum stürmte. Wo immer man auch lebt, die Vorteile der Telearbeit sind vielfältig. Sie haben festgestellt, dass die kontinuierliche Bewertung von Kindern ein großartiges Instrument zur Evaluierung der Leistung ist. Ich bin zuversichtlich, dass die finanzielle Hilfe, die an vom Krieg betroffene Gebiete geschickt wurde, viele Leben gerettet hat. Was das Klonen betrifft, so ist dessen rechtlicher und ethischer Hintergrund immer noch umstritten. Sie kamen zu dem Schluss, dass wenn Jungen und Mädchen in der Schule getrennt werden, Mädchen in ihrer Leistung selbstbewusster sind. Die Einstellung von Auszubildenden ist eine kostengünstige Möglichkeit, die Mitarbeiter eines Unternehmens, zu entlasten. Die gestrigen Statistiken zeigen, dass 63,2% der Bürger bei den Wahlen gewählt haben. Hast du Einwände gegen das Umschreiben des gesamten Vertrags? Der Skandal um den Präsidenten half ihm nicht dabei, mehr Stimmen zu sammeln. Eine verführerische Überschrift kann die Aufmerksamkeit der Leser auf sich ziehen. Unbewusst sind es immer die konventionellen Methoden, an die wir zuerst denken. Wir können die Fahrzeugemissionen nur reduzieren, wenn wir ähnlich wie die chinesische Regierung die Anzahl der Autos auf den Straßen begrenzen. Während des Prozesses hat der Richter das Recht, die endgültige Entscheidung über die Strafe zu treffen. Wer zuerst den Beweis findet, bekommt die Belohnung. Wer zuerst den Beweis findet, bekommt die Beweis. Wer zuerst den Beweis findet, bekommt die Beweis. Das Virus verbreitete sich viel schneller als erwartet. Ich bedauere jetzt, dass ich dir nicht früher die Wahrheit gesagt habe, aber es schien eine vernünftige Entscheidung zu sein, es zu dieser Zeit geheim zu halten. Für manche Menschen ist ein Piercing eine Form des Ausdrucks ihrer Einzigartigkeit, während es für andere eine Art der Rebellion ist. Dr. Gondar wurde als Heilpraktiker anerkannt. Gefährden Sie Ihre Ehe nicht durch eine riskante Liebesbeziehung. Banken sind größtenteils auf Kredite und Versicherungen spezialisiert, beschäftigen sich aber auch mit Geldwechsel und Leasing. Sie erwies sich als eine unglaublich talentierte Lehrerin, obwohl sie keine Berufserfahrung hatte. Wann lohnt es sich besonders, einen Job im Ausland anzunehmen? Wann lohnt es sich besonders, einen Job im Ausland anzunehmen? Mehrere Restaurants erweitern schrittweise ihre Dienstleistungen, um mit der Konkurrenz mithalten zu können. Die Wartungskosten von Luxusautos können mehrere Tausend Dollar pro Jahr betragen. Wenn du dich die ganze Zeit hättest, sieht es so aus, als ob du mehr Last auf deinen Schultern hättest, als du tragen kannst. Unter Berücksichtigung der Umstände haben die Organisatoren bei der Weltmeisterschaft hervorragende Arbeit geleistet. Ich hoffe, dass ich in wenigen Monaten meinen Kenntnisstand in Japanisch erweitern kann. Dieses Wachstum ist auf lange Sicht nicht nachhaltig, ohne einige ökologische Faktoren zu berücksichtigen. Diese Wachstum ist auf lange Sicht nicht nachhaltig, ohne einige ökologische Faktoren zu berücksichtigen. Die natürlichen Ressourcen der Erde gehen zur Neige, daher erfinden Wissenschaftler ständig neue Wege, um erneuerbare Energie zu erzeugen. Die natürlichen Ressourcen der Erde gehen zur Neige, um erneuerbare Energie zu erzeugen, um erneuerbare Energie zu erzeugen. Der Prototyp des selbstfahrenden Autos wurde auf Feedback von Testfahrern basierend modifiziert. Kannst du irgendwelche computerbezogenen Gesundheitsprobleme nennen? Die Nachricht, dass die Frau des Präsidenten ein Baby erwartet, verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Einige der renommiertesten Universitäten der Welt bieten englischsprachigen Studenten kostenlose Online-Kurse an. Abholzung ist heutzutage ein sehr ernstes Problem, da ist die Menge an Sauerstoff in der Atmosphäre verringert. Entgiftung ist eine großartige Möglichkeit, Ihre Organe von schädlichen Substanzen zu reinigen. Crossfit verbessert sowohl das körperliche als auch das geistige Wohlbefinden. Wenden wir uns der Frage der Obdachlosigkeit zu, ist es unser Hauptziel, diese Personen wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Du kannst die Regeln nicht verletzen, nur weil dein Onkel der Vizepräsident ist. Goldfische müssen einmal am Tag gefüttert werden, nicht zu unregelmäßigen Zeiten. Der Verkehr wurde heute Nachmittag wegen der Demonstranten über drei Stunden lang aufgehalten. Als Augenzeuge des Diebstahls ist er dafür verantwortlich, in den Behörden zu melden. Die Kunst des Bonsai stammt ursprünglich aus Japan, wird aber heute auch in vielen westlichen Ländern betrieben. Seine Aerobikgruppe repräsentierend, trat der kleine Junge stolz auf die Bühne, um den Preis entgegenzuziehen. Obwohl er jedes Jahr Marathon läuft, ist Handball auf jeden Fall seine Lieblingssportart. Es gibt hunderte von kreativen Möglichkeiten, Superfoods wie Spirulina in ihre Ernährung zu integrieren. Millionen von Menschen wandern, in der Hoffnung auf ein besseres Leben, in westeuropäische Länder. Millionen von Menschen wandern, in der Hoffnung auf ein besseres Leben, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Millionen von Menschen wandern, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Kathrin, Herzogin von Cambridge, wird voraussichtlich nächsten Freitag ihre Rede zum Thema Hochschulbildung halten. Wir beabsichtigen definitiv, im Referendum abzustimmen. Um seinem Freund zu helfen, hatte Patrick beschlossen, an einer kurzen Umfrage teilzunehmen. Das Komitee war sich nicht sicher, ob sie noch genug Zeit hatten, um ein anderes Thema zu besprechen. Die Bakterien verbreiten sich schnell, wenn die Infektion nicht richtig behandelt wird. Die Käufer konnten sich nicht entscheiden, ob sie das günstige Angebot annehmen sollten. Es bedeutet viel für unsere Abteilung, dass sie sich voll und ganz diesem Job verschrieben haben. Es ist absurd, wie schnell dieser Anwalt Absetzer aus dem bürgerlichen Gesetzbuch zitieren kann. Es braucht viel Entschlossenheit, um von der Planung zur Realisierung zu gelangen. Es braucht viel Entschlossenheit, um von der Planung zur Realisierung zu gelangen. Es braucht viel Entschlossenheit, um von der Planung zur Realisierung zu gelangen. Es braucht viel Entschlossenheit, um von der Planung zur Realisierung zu gelangen. Rückblickend hätte es keinen besseren Weg geben können, sie mit unseren neuesten Dokumentarfilmen vertraut zu machen. Was genau ist mit Urheberrechtsverletzung gemeint? Wir könnten innerhalb dieser drei Kategorien Folgegruppen erstellen, um das gesamte Bild transparent zu machen. Es muss ein umfassendes Bild bereitgestellt werden, damit jeder das Thema klar verstehen kann. Sie hatte immer ein Päckchen Taschentücher in ihrer Handtasche, falls sie von Emotionen überwältigt werden sollte. Unzählige wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass Oreganoöl nützlich sein kann, um viralen und bakteriellen Erkrankungen vorzubeugen. Unzählige wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass Oreganoöl nützlich sein kann, um viralen und bakteriellen Erkrankungen vorzubeugen. Der technologische Fortschritt hat unsere sozialen Beziehungen und Kommunikationsmethoden radikal verändert. Der Personalleiter soll in diesem Jahr in den Ruhestand gehen. Die Gehälter in Mitteleuropa sind relativ niedrig, insbesondere im Vergleich zu westeuropäischen Ländern. Es scheint unbestreitbar, dass dieser Prozess sicher genug ist. Es scheint unbestreitbar, dass dieser Prozess sicher genug ist. In Wirklichkeit machen wir das anders. Unterstreichen Sie die Hauptpunkte im zuvor erwähnten Text. Wie ich bereits sagte, macht es keinen Sinn, sich über vergangene Entscheidungen Gedanken zu machen. Mark ist so überfürsorglich gegenüber seiner Tochter, dass er Jungen nicht einmal mehr in ihre Nähe lässt. Jüngste Umfragen zeigen, dass YouTube langsam aber sicher Facebook als die am häufigsten genutzte Plattform unter Mitgliedern der Generation Z ersetzt. Jüngste Umfragen zeigen, dass YouTube langsam aber sicher Facebook als die am häufigsten genutzte Plattform unter Mitgliedern der Generation Z-Member. Nach meiner Reise nach Indien beschloss ich, mehr über diese reiche Kultur zu erfahren. Ich habe zuletzt in meinen 20ern Bücher über Astronomie gelesen, seitdem habe ich in diesem Fach nichts Neues gelernt. Eine Green Card ist ein unverzichtbares Dokument für Einwanderer, wenn sie legal in den Vereinigten Staaten von Amerika leben. Eine Green Card ist ein unverzichtbares Dokument für Einwanderer, wenn sie legal in den Vereinigten Staaten von Amerika arbeiten wollen. Man kann sich als Glückspilz schätzen, wenn man mindestens eine Person in seinem Leben hat, die einen bedingungslos liebt. Zusammen mit anderen Arten sind auch Berggorillas vom Aussterben bedroht. Alle Universitätsstudenten, die neben dem Studium arbeiten, sind von Steuern befreit. Edward's Erfahrung auf diesem Gebiet ist zu beschränkt, aber ich wäre bereit, ihm eine Chance zu geben. Edward's Erfahrung auf diesem Gebiet ist zu beschränkt, aber ich wäre bereit, ihm eine Chance zu geben. Edward's Erfahrung auf diesem Gebiet ist zu beschränkt, aber ich wäre bereit, ihm eine Chance zu geben. Die Zeit vergeht sehr langsam, wenn du nichts zu tun hast. Meistens neigen Frauen dazu, liebevoller zu sein als Männer. Zuallererst sollten wir fragen, wie lange sie in Karenz sein möchte. Hast du die neuesten Gerüchte darüber gehört, dass Jen und Michael einen Jungen adoptieren wollen? Hast du die neuesten Gerüchte darüber gehört, dass Jen und Michael einen Jungen adoptieren wollen? Hast du die neuesten Gerüchte darüber gehört, dass Jen und Michael einen Jungen adoptieren wollen? Er hatte eine Leere in seinem Herzen gefühlt, bis er die richtige gefunden hatte. Er hatte eine Leere in seinem Herzen gefühlt, bis er die richtige gefunden hatte. Früher oder später wird sie erkennen, dass dies kein Traumjob ist. Die Ausdünnung der Ozonschicht beweist, dass menschliche Nachlässigkeit schädliche Auswirkungen auf unseren Planeten hat. Perfektionisten fordern das Beste von anderen und auch von sich selbst. Wenn einem Webshop ein Produkt ausgeht, benachrichtigt er normalerweise seine Kunden, wenn der Artikel wieder auf Lager ist. Mit Hilfe von Breitbandinternet können Sie auf viele Informationen zugreifen. Die Regierung investiert heute mehr Geld in Weltraumforschung als jemals zuvor. Alle Ozeane sind bis zu einem gewissen Grad mit gefährlichen Stoffen kontaminiert. Das Recycling von Hausmüll ist eine umweltfreundliche Lösung, weil es Energie spart. Das Wetter beeinflusst die Landwirtschaft und damit die gesamte Wirtschaft eines Landes erheblich. Selbst wenn ein einzelnes Mädchen nicht abergläubisch ist, ist sie sicherlich glücklich, den Brautstrauß bei einer Hochzeit zu fangen. In Nordeuropa symbolisiert eine kleine Kiefer, die im Garten des Brautpaares gepflanzt wurde, Fruchtbarkeit und viel Glück. Einige glauben, dass der Mangel an Lesen zu einem Mangel an Intelligenz führen kann. Es ist nicht mehr notwendig, Ihren Reisepass an der Grenze innerhalb der EU-Länder vorzuzeigen. Ich dachte, es wäre Zeitverschwendung zu erklären, wie Kernkraftwerke funktionieren, aber ich habe mich getäuscht. Ich fürchte, es gibt in diesem Fall keine Alternative, als die Preise zu senken. Sie haben das Gebäude so gestaltet, dass Besucher aus zwei verschiedenen Richtungen eintreten können. Wenn ich du wäre, würde ich eine Kampagne organisieren, um alle Regenwald-Lebensräume zu retten. Wenn ich du wäre, würde ich eine Kampagne organisieren, um alle Regenwald-Lebensräume zu retten. Carlos hätte diesen Tintenfisch nicht essen sollen, jetzt hat er Hautausschläge am ganzen Körper. Alle Geburtstagsdekorationen wurden einen Tag zuvor angefertigt, um nicht die ganze Arbeit für den letzten Moment zu lassen. Werbematerialien werden täglich weltweit an Millionen potenzieller Kunden geliefert. Es ist mir eine große Ehre, für diese Rolle ausgewählt zu werden. Sie müssen in den Rocky Mountains sehr vorsichtig sein, auch wenn sie viel Erfahrung im Wandern haben. Während ihr Wortschatz weniger vielfältig ist als der ihrer Klassenkameraden, sind ihre Sprachfähigkeiten hervorragend. Der Tennisspieler bestritt, jemals leistungssteigernde Drogen konsumiert zu haben. Die Absolventen erkündigten sich, ob wir Business Analysten einstellen würden. Trotz der Tatsache, dass Barney gute Verbindungen hat, muss er dennoch das Vorstellungsgespräch führen. Die Intensität des Regens machte das Fahren in der Gegend unmöglich. Jobmessen finden das ganze Jahr über im ganzen Land statt. Projekte sind einfacher zu verwalten, wenn man sie in kleinere Kategorien unterteilt. Der einfachste Weg, Geld zu überweisen, ist über Online-Zahlungssysteme. Ein Haustier zu haben, hilft Senioren, mit Einsamkeit umzugehen. Einige Leute glauben, dass sich nichts besser anfühlt, als gemeinnützige Arbeit in Krankenhäusern, Kirchen oder Kinderlagern zu leisten. Luftverschmutzung kann zu allen Arten von Atemwegserkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Wir müssten uns keine Sorgen um die Wasserversorgung der Erde machen, wenn wir nicht täglich so viel von dieser Ressource verschwenden würden. Einer der besten Bewältigungsmechanismen für die Verschlechterung der psychischen Gesundheit ist das Erlernen einer Fremdsprache. One of the best coping mechanisms for declining mental health is learning a foreign language. One of the best coping mechanisms for declining mental health is learning a foreign language.